Hallo, Willkommen zurück bei Aged of Woolleen. Ich bin Maru. Wir haben gerade unsere Schwerttechniken gelernt und werden jetzt wahrscheinlich noch mehr Schwerttechniken lernen. Ich habe es leider nicht geschafft, meinen Rage Move anzubringen. Okay, wir haben es gerade gelernt. Okay, wenn irgendwas darüber gehört, sagen wir Danke. Reden wir weiter. Die Quest und alles, das lasse ich euch dann mal. Hier geht es ja um das System. Wir haben Yang Zhu gelernt. Wir sollten erstmal meditieren, um uns aufzuheilen. So, haben auch keine Quest mehr, wie es aussieht. Aber er hat eigentlich direkt eine neue. Okay, wir haben ein Giftpack voll loggen in the next day. Kann ich mir rausnehmen, oder muss ich dazu in den Postfach gehen? Ich weiß leider nicht, wie man die rauskriegt. Doppelklick? Rechtsklick? Wer weiß? Hi! Wir müssen den Finner. Ich drücke jetzt nochmal hier drauf. Weil... Hier war irgendwo gerade ein Tipp. Hm, wie kriege ich die hier raus? Ich will jetzt nicht auf Droh drücken. Egal. Wird schon passen. Lernen wir das hier. Und lernen wir das hier. Haben was Neues bekommen. Bessere Verteidigung und alles. Oh, sieht ganz nett aus. Kommt das hier raus. Können wir schon mal zumachen, oder? Hä? Ja. Was haben wir hier Schönes drin? Irgendwas für ein Kram. Medizin. Ein Schneelotus. Auch jetzt nehmen wir mal hier den Texter weg. Da nicht, da nicht. Dann rennen wir einfach hier hin. Ein Pferd. Okay. Was macht die? Die, ähm... Da möchte ich Medizin, die unsere Experience Conversion verstärkt. Eine Schneelotuspille. Die, äh... Also sie einfach mal. Okay. Bonus Points. Der stört mich jetzt hier. Ich kam hier, um was ergehen zu lernen. Danke. Das schaff ich schon. Reden wir mit einem Guild Instructor Administrator. Leute regen sich im Chat schon auf. Suchen für Dungeons Leute. Was übliche. Glauben nicht, wo man den Chat für die sehen kann. Hallo. Quest abgeben. Haha. Ask Wing Feng. Ähm, ne. Moment, ich will das hier. Das ist zwar anders. Machen wir erstmal die Quest. Was ist hier? Daily Event List. Sektenpatrouille. Können wir dauerhaft machen. Das sind ja die, ähm, Attack-Thingen. Man kann sich zwischen den Sekten, kann man, ähm, rein schleichen und versuchen Sachen zu klauen. Das ist also quasi das PvP-System. Kann irgendwelche Wulin-Sachen eingehen. Combat-Training. Und alles. Okay. Rekordlist. Da stehen dann Sachen. Dann hier drauf drücken. Hier drauf drücken. Dann hier drauf drücken. Ja. Und so werden wir dahin teleportiert. Ist akzeptabel. Dann haben wir unsere Schwertechniken. wo, was es já ne tickett i thinken können. TP alle kommen. 15er. Hab ich nicht was das heisst? Also, ob TP der Kanal ist. Oder doch PvP. Wiephalt müssen wir laufen? Oh, schon ein ganzes Stückchen. Nehmen wir die Skills überhaupt mal durch. Okay, Unvoiced Melody. Skill Level 1, kann bis Level 5 trainiert werden. Eine aufsteigende Attacke, Ühold Schaden macht, wird geskaliert. Zwei Attacke sind insgesamt, die jeweils 18 Schaden machen. Wenn sie einen Lightning Skill benutzen, kriegen sie mehr Schaden. Dann Independent Awareness, da ist ein Block Move, dann können wir Cool Wind, da ist ein Quing Feng Schwert Key da ist, macht man, ist das irgendwie, wenn man weiß, was ist kürzer? Also das Training kürzer und der Effekt ist stärker. Sweep Away Corruption, wir stechen ziellos und das scharfe Schwert Key wird Schaden machen. Ich stehe jeden, der vor uns steht. Wenn man pariert, wird man ungeschmissen. Dann der Itemate, ganz, ganz viel Damage. Und hier steckt man das öfter auf dem Mast, macht man das Schwert Key. Ich kann nicht reiten hier. Hi. Ich glaube, man ist dann hier. Ferry. Anfangen. Beginn. Plot. Das ist der Albtraum, der mich so lange gequält hat. Im halben Monat. Ich weiß nicht mehr, wo es ist, wer du bist, aber ich werde, äh, aus unserer Zukunft, äh, unser Schicksal zusammen zu sterben, am gleichen Ort. Nun bist du glücklich genug, dass du schon vergraben bist. Ich befürchte, ich werde, äh, zu dem Wildleben, ähm, ausgesetzt, wenn ich sterbe. Hm. Das stört ja richtig hier. Ihr seid es. Okay, dann hinkommen. Du hast Glück, du bist nicht gestorben, nachdem du von der Klippe gefallen bist. Kein Wunder, dass wir deinen Körper nirgends befinden konnten. Du wirst hier angestramtet. Nun, mal sehen, ob du jetzt auch noch entkommen kannst. Ich bin schwer verletzt. Ich habe keine Chance, außer weg zu laufen. Ich bin immer noch am Abhauen, hm? Du bist schwer verletzt. Lass mal sehen, wie weit du da laufen kannst. Boah, das ist eine böse Person. Ach, meine Brust. Meine Brust schmerzt. Nein, ich kann nicht mehr weiter. Ich riskiere den Tod und bekämpfe euch. Äh, bekämpfe euch. Was? Ich dachte doch nicht, du bist so kraftvoll. Er hat mein Pferd getötet. Ein unsichtbares Pferd. Alter Mann, der neuen Palaste. Der hat sich umgehauen. Und, äh, wird uns mitnehmen und zu heilen. Weil er fühlt, dass das Schicksal gezwungen hat, uns hier zu treffen. Wir hatten einen Albtraum. Wir konnten uns hier ändern, wer wir sind. Und, wenn man mal angefangen hat, hat er jetzt auch verloren, äh, hat es auch beendet. Wenn du deine Erinnerung wieder haben möchtest, musst du nach Jiang Yu gehen. Aber du hast deine ganze innere Kraft zusammen mit deinem, äh, Erdelten verloren, wenn du startest. Von Anfang, äh, du musst von Anfang anfangen und die Resultate kommen nicht über Nacht. Plot Challenge. You will oppose, but Jiang Yu getting still who will oppose. No real threat. Ja. Um, you can accept Mentor in the necklace. Please check. Um, step 1. You can accept this high quest and then do this blue squall. Jeden Tag einmal. Okay. Das nervt hier richtig. Ähm. Warte, Fett auspacken. Okay. You need to be full of Infantism. You have one enemy. Hm. Egal. Aufs Pferd. Und reiten wir in den Sonnenuntergang. Reiten wir zum Miao Yung Ying. Die dürfen nicht mehr galoppieren. Hi. Ja, wir hören dir zu. Shen Bin. Wir sind im Tea House. Brennen, um uns hier zu retten. Habe ich auch noch nicht was gefunden, was das bedeutet. Can we submitted? Naja, müssen wir jetzt nicht laufen. Hm. Die Höhe hat, mögen alle, dass wir mit dem Fett umrennen. Okay. Wir sollten alle warnen. Da haben wir das Pferd. Dass Highspeed auf der Stelle Reite fährt. Ach. 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 Ist es nicht gelernt, dass wir jetzt hier ein Pferd haben. Ach. 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 Jetzt redet ich ja über mein Pferd auf. geben allen keinen grund sich zu fürchten wir haben schmerzen in den beinen jetzt werden sie alle weg immer ok ich habe ein schwert bekommen vergleichen wir es mal mit unserem 1 bis 3 2 bis 4 ok montmen ist sehr ferocious go to the dogstore along the steps in the west and check schoo-chan mörderer Wir haben noch niemanden umgebracht, oder doch? Bleib mal hier, ich muss mit dir reden. Gut. Hallo, danke. Okay, ähm, ich hätte nachlesen sollen, was wir starten, was wir machen müssen. Okay. Feuer plus Herbst plus Wasser. Start. Herbst. Wasser. Wasser. Herbst. Juhu. 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 Okay, zu Chang Chang gehen. Hi. Hier. Hi. Hier. Hi. Hier. Und wir zum alten Mann. Oh, Schuhe. Besser als unsere Schuhe. Reiten wir weiter. Ich kann mich mal glauben, ob wir jetzt zurückporten können, so einfach. Ähm. Wir bestellen unseren Scherzkill. Allas. Irgendwas. Oh, Ying. Ich möchte einfach nochmal richtig kämpfen hier. Oh, mit Fähigkeiten. Dismount. Sprint. Reite, mein Pferd. Okay. Ancient Dragon Temple. So, mit einem Menschen retten. Unser Gesicht. Pferd. Schön asiatische Klamotten immer noch. Eine lila Quest. Gucken wir mal kurz. Hey. Was haben sie hier für Quests? Warte. Haben wir eine Quest. Wir haben eine Quest. Ja. Ist das Faltweg? Oh, ja. Ähm. Dann machen wir das später. Können wir wieder ein bisschen. Ein bisschen draufhauen möchte ich aber noch in der Folge. Ist ja nicht mehr weit. Ist ja schon hier. Da ist er. Li Yin Yang Haq. Irgendwo. Achso. Ja. Danke. Leader of the... Wie geht's dir? Wie geht's dir? Ehm. Be careful. Okay. Watake. und hi haben ihn irgendwas angesprochen okay wir haben ihn besiegt mit jang jang sprechen jang quingshu oder so haben wir ihn irgendwas gegeben wir sollen den ölbottel benutzen und hallo wir sollen ihn was fragen hi killings ist nikimongo's responsiv regarding okay wollen wir zusammen sterben kein problem wenn die dafür der freunde oder blut leiden ich habe ein schwert hier groß kloß Okay, reden wir mit ihm Okay, jetzt sollen wir nochmal wieder reden Er möchte nicht gehen Weg zu seinem Teufel, bis das Show will Achso, wir sollen uns ausgraben Das machen wir in der nächsten Folge Bis dahin, tschüss